Immer schleift er dieses Ding mit sich rum. Seine Schwester hat völlig recht. Er ist ein kleines Kind. Wer nur mit Kuscheldecke rumläuft, den kann man nicht ernst nehmen. Linus schaut traurig. Er überlegt. Mit der linken Hand umklammert er seine Kuscheldecke. Seine Schwester Lucy ist schon groß, aber Linus ist schlau. Er ist der Philosoph bei den Peanuts, dieser Comic-Familie, die seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts auch bei uns durch die Zeitungen geht. Linus ist beides. Kindlich kuschelig und zugleich klug und informiert. Sein Erfinder Charles Schulz sagt über ihn, Linus ist meine ernsthafte Seite. Ist der Intellektuelle, der klar und gut informiert ist, was vermutlich zu seinem Gefühl der Unsicherheit beiträgt. Und deshalb braucht er eine Kuscheldecke. Im Amerikanischen heißt die Security Blanket, Sicherheitsdecke. Linus kann sich an dieser Decke festhalten, wenn mal wieder alle Sonale um ihn herum ihn verunsichern. Am 6. Januar ist übrigens Weltkuscheltag. Da darf nach Herzenslust gekuschelt werden. Jede und jeder darf seine eigene Decke oder sein Kissen rausholen und sich mal so richtig reinhauen. Oder man kuschelt mit dem Partner oder der Partnerin. Oder mit den Kindern, die das besonders lieben, wenn sie zu Mama und Papa auf die Besucherritze dürfen. Sich anschmiegen, sich ganz geborgen wissen. Das ist, weiß Gott, nichts Dummes. Linus ist ein schlaues Kerlchen. Aber das ist das Problem. Wer viel weiß, der weiß auch viele Gefahren. Da hilft manchmal nur Kuscheln. Sich an der Decke festhalten, um wieder Sicherheit zu gewinnen. Als Pfarrer stelle ich mir vor, dass in so mancher biblischen Geschichte genau dieser Wesenszug beschrieben wird. Es gibt Menschen, die halten sich an Gott fest. Das mag einem kindisch vorkommen, mit Gott kuscheln. Aber wenn man weiß, wie gefährlich das Leben sein kann, wenn man Sicherheit braucht, es ist ein guter Zufall, dass der Weltkuscheltag auf den 6. Januar gefallen ist. Eigentlich ist das der Feiertag für die heiligen drei Könige. Die sind zum Jesuskind gekommen, haben ihm Gold, Weihrauch und Mürre als Geschenke gebracht. Dafür hat Jesus ihnen ein Stück von seiner Kuscheldecke gegeben. Also im übertragenen Sinne. Sie wussten sich bei Gott in Sicherheit. Und so sind sie wieder nach Hause gereist, vorbei am bösen Herodes, hinein in ihre fremde Welt. Einen kuscheligen Tag wünscht Ihnen Ihr Pfarrer Bernhard Winkler aus Burg Tann.